Bauerledig Sucht feiert Jubiläum. Zum 20. Mal suchen Bäuerinnen und Bauern in diesem Jahr mit uns die grosse Liebe. Auch im Kanton Luzern. Ich bin Rotmar, ich bin 61. Die grosse Liebe zu finden ist wie ein Sechser im Latte. That's the power of love. Zum Charakter her bin ich typischer Fisch. Ich bin etwas chaotisch. Ich bin aber auch ein liebesbedürftiger Mann. Ich bin nicht so schnell einer, der auf die Palmen treiben kann. Ich überlege meistens zuerst, bevor ich antworte. Ottmarshof liegt traumhaft in unberührter Natur mit Sicht auf Rigi und Pilatus. Er führt einen Milchviehbetrieb, den er vor 26 Jahren vom Vater übernommen hat. Seine Partnerin sollte tierlieb sein. Zu meinen Kühen habe ich eine gute Beziehung. Ich kenne jedes Tier sehr gut. Es wäre natürlich super, eine Partnerin zu haben, der sich auch etwas begeistern könnte. Es ist wichtig, dass die Partnerin ein gewisses Verständnis zu den Tieren hat. Ottmar hat drei erwachsene Kinder, zwei Jungs und ein Mädchen. Tochter Melanie ist die Älteste. Ohne meine Kinder würde etwas fehlen in meinem Leben. Du, sag mal. Was kannst du dir vorstellen, wie eine Partnerin zu mir sein müsste? Ja, ich denke sicher lustig. Aufgestellt. Fröhlich. Ich denke, ein wenig Pfiff wäre auch nicht schlecht. Super, ja. Ich denke, sie müsste sicher auch in die Familie passen. Wäre schön. Ja, das denke ich auch. Was ist denn du für Erwartungen an diese Hofdame? Ich hoffe, dass sie gesprächig und humorvoll ist. Und dass sie ein familiärer Typ ist, der auch Kinder gerne hat. Das heisst natürlich, dass er mit meinen Kindern auch geschlagen konnte. Und er aufgestellt ist. Er ist sicher lustig, aufgestellt. Und ich finde es so cool, dass ich eigentlich auch noch gut mit ihm in die Ausgang kann. Ich finde, wenn wir etwas hängen, kommen wir eigentlich immer auf ihn in die Selle. Und er ist immer für uns da. Der sympathische Luzerner wünscht sich Zweisamkeit und Nähe in einer Partnerschaft auf Augenhöhe. Ich gehe ihnen gerne an die Fasnöchte. Ich tue ihnen gerne tanzen. Und wenn mich natürlich eine Partnerin begleiten würde, wäre das doppelt so schön. Eine schöne Partnerschaft finde ich, wenn man gute Gespräche führen kann miteinander. Humorvoll auch kann sein. Spässchen kann verleiden, aber auch ernsthaft Gespräche führen kann miteinander. Ja, und wo sich beide wohlfühlen. Das ist das Schönste, das man haben kann. Die Romantik habe ich sehr gerne. Das liebe ich auch. Mit einer Partnerin. Eines kann man fein essen gehen. Mit Kerzenlicht. Oder mit ihr einen Spaziergang machen. Ein Feuerchen machen. Oder zusammen auf dem Sofa sitzen. Vielleicht den Film anzuschauen. Ich schaue noch gerne Liebesfilm. Und je nachdem kann es jemandem geben, dass ein Tränchen kommt. Und das ist das, was mich manchmal schon etwas bewegt. Es will never be another. No more lonely nights. Also wenn ein Partner jetzt da wäre. Und wenn man merkt, dass man es gut hat miteinander. Und beide das Gleiche empfindet. Die Nähe werden gespürt. Wäre eine Umarmung. Handheben. Sicher wunderschön. Und wenn es zu einem Kuss auch noch umso schöner. Ottmar sucht dich. Melde dich jetzt an. Und wenn man etwas Angst hat. Und wenn es zu einem Kuss auch noch sonst gibt. Und wenn es zu einem Kuss auch noch mehr ist. Und wenn es zu einem Kuss auch noch mehr ist. Untertitelung des ZDF, 2020